Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play MyCraft bei AdWords und wieder mit dabei der Markus, hallo und der Leo Und wir spielen eine Runde Farmland, 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 Farmland Und ich habe Angst, dass wir verkacken, weil die Runde immer sehr schnell sein kann und ich jetzt Steine habe und irgendjemand sagt Steine los, Steine los Mach mich nicht nervös Ja, das hast du bei mir auch gemacht Ich? Niemals Ja, ist ja richtig Das ist schon viel zu langsam Wir sind die Ersten in der Mitte, was willst du eigentlich? Das ist immer noch zu langsam Ich habe zwei Gold Pass auf, von rechts Lasst uns in Ruhe Hol den Bogen, schnell Leo, go, go, go Leo, Leo, Leo Ich kann nicht alle drei Seiten mit den nackten Helden verteidigen Man fällt hier fünf Jahre lang Oh oh, da kommt einer Da kommt einer Ah, babababababa Nein, in die Mitte Bababababa, der hat einen Schlagschock Bäm, 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 bäm Gut, da brauche ich einen Spitzhack und probiere die Wege ein bisschen abzubauen Was für eine Farbe sind wir? Blau Äh, irgendeiner Wie die Augen Oh, Markus rückt mir voll in... Das kann durch mich durchschießen Ja, genau Ist das so? Nein Scheiße, ich bin gerade zwei Gold gestorben Hast du auch eine Spitzhacke mit? Ja, ich habe die Tür aufgemacht, aber in letzter Sekunde habe ich mich runtergekriegt Ich baue die... Das Bett erstmal mit Billigsteinen zu Für teure Steine fehlt uns gerade das Geld Kommen Sie gleich, weil ich habe einen Bogen Ja, genau Deshalb sollten Sie ja nicht zu uns kommen, Waltenburg Ja Jawohl Den auch noch Sehr schön Mr. Wegabbau ist jetzt dran Ich mache am besten gegenüber, weil dort ist es am schwierigsten, die runterzuschießen, ne? Der eine kommt Oh, ja, toll Sag dir in dem Moment, als er mich runterkickt Ja, der hat sich durchlaufen Ich wollte gerade zu dem einen rüber, weil die komplett abgefahren sind, schade Wenn er kommt, wieder in der Mitte Komm schon, spawne schneller, Bronzo Boah, da sind zu viele in der Mitte Boah, einer kommt in die Mitte Boah Ich bin komplett verwirrt Da sind so viele in der Mitte Einer kommt in die Mitte Was ist denn eigentlich nur? Äh, einer kommt zu uns, meinte ich Leo, ich habe dir, äh, die Bronzerrüstung mal hingeschmissen Die hast du auch aufgenommen Kannst du gleich, vielleicht irgendwann Ja, habe ich Leo? Okay Bam, Bronze, Baby Boah, das ist tricky gerade, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll Hauptsache, die kommen nicht mit dem Gold nach Hause Ja, das kann ich auch nicht verhindern Man kann alles verhindern, wenn man nur will Dann wolltest du von Markus Sag mir bitte, diesmal ein bisschen früher Bescheid, ja? Einer kommt von rechts gleich Hast du Gold, Markus? Ich habe nichts Ich bin magig Aber die haben einen Bogen Aber das alleine Nee, die haben keinen Bogen Doch, gerade stand der mit Bogen da, oder nicht? Nee Die können keinen Bogen haben Okay Vielleicht willst du zumindest nach vorne, oder hast du eine gute Aussicht, Leo? Eigentlich kannst du nach vorne Ja, weil rüberkommen können die nicht direkt Okay Und wenn sie es doch können? Hier, Leo, meine Brustrüstung Die Beste Liegt da So, ich erkürfe mich jetzt minimal Gibst du mir das Gold? Danke Ich habe noch absolut gar nichts gemacht am Rundenbeginn Mit der Krücke Boah, die haben doch Bogen Fuck Sag ich ja, sag ich ja Hauptsache, du überlebst Ich bin gleich tot Hauptsache, du überlebst Ich bin gleich tot Nicht Puh, jetzt hätte er mich fast getötet Scheiß auf die Mitte Naja, so scheiß auch nicht, ne? Nein, aber besser Scheiß auf die Mitte Als das auch Und so Ne? Naja Genau Was trinkt der da gerade? Im Heilungstrang Jawohl, der hat Rote geschossen Der hat Rote geschossen Damit hat er kein Dings mehr Verdammt Ich wollte mir Blöcke kaufen Um mich bei dem Um Auf dem rüber zu bauen Moment Dann machen wir das Leben schnell, Lars Überlegten doch eigentlich Nein, nein, nein Ich krieg das Schwert wieder nicht gepackt Ich komme Alter Ernsthaft? Hat er dich geklitt oder sowas? Nein Aber der hat Kisten hier vorgestellt Und ich hab nur ne Bronzeschmizhacker Ich habe eine Eisen Hast du es? Ja Ja Okay, das wärs Okay, wo sind die anderen? Ich hab nur abgeschossen Ich hab nur noch einer da Okay Den einen hab ich abgeschossen, wo er sich hoch gebaut hat Okay Sag mir bitte Bescheid, falls sich von hinten einer annähert Okay Weil ich seh nichts Der baut sich hoch Das ging schnell Das ging zu schnell GG Wir versuchen das zusammen zu machen Bis dann So, da sind wir wieder Mit dem zweiten Part Dieser Aufnahme Die erste Runde ging so schnell Das kann man ja nicht Kann man ja nicht raushauen hier Jetzt müssen wir hier richtig rumknüppeln Und die Runde auch schnell beenden Lass mich das machen Lass mich das machen Also jetzt weiß ich schon, dass ich Ich find's blöd, dass das Bett hier oben ist Weil man kann die einfach von oben dahin bauen Und Ich hab nicht genug Steine, glaub ich Aber ich Egal Ich versuch's Weil viele Steine brauchst du nicht Naja Fang einfach schon mal an Ich hol gleich einen Schlagstock Und Rüstung Da man hier so treppig bauen muss Bau ich jetzt mal Rückwärts Ich glaub das geht rückwärts schneller als seitwärts Alter, ich komm gerade gar nicht klar mit dem Bauen Wir sind schon in der Mitte, glaub ich Kann dadurch das sein Hm Alter Ich treff irgendwie gar nicht Gerade beim Bauen Wie die so schnell da hochgekommen sind Machst du denn überhaupt Ich weiß Ach, da kann man rüberlaufen Huch Ich hab nicht genug Steine dabei Ja, dann haben wir ein Problem Nein Markus, bringst du gleich Ich bin da Ach, ja Dieser Supper, Supper Hero Was für ein Fail von mir Aber ich frag mich, wie die das so schnell immer schaffen Markus, was ist hinter dir? Toll Ey Kannst du das in der Sekunde Hörsa Das ist Leo, der kann das nicht eher Alter Das ist Schleck und so Ja, ja Würde ich jetzt auch sagen Weiß ich bin schon auf dem Weg nach unten Hinter dir Ich bin schon am Fliegen Kommt mal einer her Hier ist einer Hier kommt er nicht noch hoch Ja, ich bin tot Weil Leo nichts zu Ende gebohrt hat Oh, Leute Einer muss mich hochbauen Oh, nee Ich kann nicht Ich hab mir Mir wurde gerade auch nicht geholfen Ego Let's Play Teil 2 Das ist ein Problem mit dieser Meppe Braucht mich Ich wäre vorsichtig Vielleicht gewinnen wir das ja noch Ach, ich hab keine Blöcke mit Naja, egal Ich hab welche Pass auf Die von links kommen Sehr schön, Bros Dann von der Spitzhacke Sehr schön, Bro Nein Ich bin unten Hab keine Steine Bam Ich bin unten Und fühl mich alleine Und zu einsam Äh Aber hier ist ja ein Weg nach oben Aua Da ist ja einer Was soll's doch Hey, was willst du? Problem oder was? Link Pass auf das andere Pass auf das andere Mit dem Knüppel Oh, oh, oh Der hat nur ein Knüppel? Ich bin natürlich tot Nein, der hat ein Schwert Ich bin tot Habt ihr einen Bogen? Nein Ich bin mit dem Gold gestorben Ich bin gerade nach oben Und dann kam da einer Ich bin gerade tot Ja Ich hab gerade die Grünen Ziemlich gut genervt gehabt Ja, toll Aber nicht gut genug Puh, hier ist halt Bogen Klop nochmal Ich hab auch das Gefühl Wichtig Wobei halt hier irgendwie Nur wenn du die Mitte kontrollierst Und den Bogen hast Ansonsten mirkt das nicht viel Ja, weil du kannst Den einen den Weg abgebaut Aber ich schaffe den anderen Halt wieder nicht Ja, da ist schon einer Aha Tschüss Ach, komm schon Aber wie kräft ihr hier eigentlich schnell ein? Also, dass es sofort im Inventar landet Ich drücke eine Zahl Und dann landet es unten in der Leiste Yes Okay Ja, ich mach schon mal gar nicht, aber Das ist schon mal etwas Komm schon, Leute Ich hab ja kreidelt einen Weg abgebaut Ja Und komm Startet euch mal mit Gold aus Das ist die Nacht, solange die Grünen Hast du einen Bogen? Ja, die haben einen Bogen Ja, ich bin tot Alle mich beschießen Fuck Ich bin runtergefallen Ich hab fast allen den Weg abgebaut Mann Aber auch nur fast Wer hat einen Bogen? Ja, das ist das Problem Ja, die Grünen haben von rechts Von rechts, das ist nicht gut Haben wir Gold? Nee, ne? Nee, woher denn? Stimmt Ich hasse mitten, wo man Gold Runterspringen muss Oder so Die springen jetzt reihenweise runter Ja, da wird die Wind nicht mehr rauskommen Puh, ich bin im Loch Ich trau mich nur nicht hoch Ja, ist grad niemals wach Nee, da ist doch wohl einer Was laberst du denn da? Verschall einer Sag mal, hast du irgendwie Irgendwas geraucht? Was? Kannst du da Ich hätte den nicht Was ist denn hier gerade los? Ich hab Black Screen irgendwie Wenn ich ihn hitte Ach, hier war eine Treppe raus Ah Ah Ich muss natürlich wieder alles kaputt machen Du hast da noch einen Bogen draußen Oder was? Ich hab kaum Leben, ich trau mich nicht nach draußen Der Grüne ist da Ich bin tot Ich werde sterben mit 12 Gold Warum auch? Komm doch schon mal zurück Ja, weil du Da lagen erst Lagen direkt acht Und dann kam ich nicht hoch Weil da der blaue war Und dann hast du die Treppe abgebaut So dass ich gehen kann Nichts für ungut Am Ende war die da Am Ende war die da Ich nur sage mir Was hast du gesagt? Am Ende war was? Am Ende war die Treppe wieder da Toll Das ist toll Ich glaub von dem Grünen hinterher und er weiß nichts davon Ich bin ein Meter hinter ihm Das Problem ist Seitdem hab ich ihn überholt Scheiße Warte Ich krieg Gegen einen hab ich kein Problem Nur sobald der zweite dann kommt Bin ich noch lange nicht hochgereckt Hier kann man auch nicht direkt runter Das ist die blöde Echt blöde Map Ganz ehrlich Mir liegen solche Maps Die simpel Und symmetrisch sind besser Ich mag solche verwinkelten nicht Hier ist schon so ne Burg Die kannst du nicht einfach runterwerfen Jaja Zum Beispiel Pokémon auf Psytoxin oder Ja Der Grüne ist in der Mitte Und spammt mich schon mit nem Bogen Zu Aber ich glaub der ist nicht so gut mit nem Bogen Wenn wir zu dritt davor gehen Dann äh Hat er eh keinen Schrank Weil Ich bleib da mal drauf Weißte Er trifft nicht Und jetzt auf einmal trifft er Aha Haha der Blau hat ihn runtergekickt Wie geil ist das denn? Sehr gut Blauer Da hat noch einer Ich bin auch tot Was da hat noch einer? Die haben zwei Grüne haben nen Bogen Ja klar Die haben sich schon gut gekippt Unser Bett ist auch nicht zugebracht ne? Nö Noch nicht Kann jetzt mal Gold spawnen bitte Achtung von oben kommt was Ja ein Grüner Vorsicht Und noch ein Blauer Auch Okay Ey das gibt's nicht Man kann sich hier überall nur um zu runter werfen Ey ich hab nen Schlackstock Ich bin tot mit 4 Gold Ich war aufm Weg aber ich konnte Fusa Also auf der Map steht man glaub ich so oft wie auf kaum einer anderen Map Da steht man ja auf Platzangst weniger als hier Ja Ja Das Problem ist eigentlich Ich auch nicht Das ist auch ne sehr lange Runde Wieso Das weißt du doch gar nicht Vielleicht fallen jetzt gleich alle Betten auf einmal Von mir Auf einmal Auf einmal Bei grün aber Die sehen mich jetzt schon Ja Die kann mich teleportieren Schade Zwei Drei Vier Jawohl Jawohl ich hab den mit Pro Kugel geschlossen Sehr gut Bäm Ich hab ja Schritte Okay Ich auch Ich dachte grad So So Das ständige gleiche hin und her Ja Irgendwann ist dann was anders Ja Vor allem ist man dann vorne Wir bekommen Besuch Wir bekommen Besuch Nein Nein Du hast mich nervös gemacht Dann bin ich rechts runter gefallen Mit dem ganzen Silber Mit dem ganzen Silber Mit dem ganzen Silber Whatever Irgendwann ist weg da mit Silber Schön Habe ich dich dazu gebracht auch Irgendwie kommt hier kein Team so wirklich voran Hab ich das Gefühl Außer die grünen Ja aber die grünen kommen auch nicht mehr Ja die wurden schon ein bisschen geärgert jetzt Das Problem ist der eine ist noch voll equipt Ja klar derjenige wo Bogen hat der wird halt fokussiert von allen Ich geh schon wieder zu grün aber die haben mich schon wieder gesehen Na glaub ich halt die Eisen danke Einer kam mit Gold rüber Scheiße keinen Bogen haben Wir hatten ja noch gar keinen ne Nee Ich hatte zwar schon insgesamt ein paar Gold aber Die waren halt immer weg bevor ich zuhause war Ja weißt was ich probier jetzt einfach Ich wollte das Geld einfach zu holen Boah ich bin auch ganz ehrlich zu viel Grün rüber und ärger die Ich versuch die ganze Zeit Gold zu holen Wir bekommen Besuch Wir bekommen Besuch Aha von zwei Leuten Heißt die sehen uns als ärgste Konkurrenz an Jawohl ich hab sie beide runter Yes Sehr gut Tja wir sind halt ne Konkurrent Wir sehen auch dass wir mit einem Clan sind Hm Das könnte halt sein die sehen dass wir in einem Clan sind und deswegen denken die okay die können was Das ist kein Vorteil in einem Clan zu sein da wirst fokussiert Da kommt schon wieder einer Ja natürlich Boah ich bin auch runter Fuck Lars du bist die einzige Hoffnung Der hat nichts Sehr schön Da kommt noch einer Na toll Ja jetzt baut er uns noch die Lücke zurück Muah Ja der baut sich hoch Ja der wird sich jetzt zu unserem Dings bauen Fett Ich hab kein Der ist hier Der hat nur einen Stock Was Hopp Oh sehr gut Leo Wir müssen die Lücke wieder zu bauen Hab ich Und ich baue nochmal eins höher Alles klar Aber so dass wir dann drauf springen können weil äh Sonst hätte ich nicht drauf gekonnt ne